Wir sprechen heute mit Stefan Kramer. Stefan Kramer ist seit 2015 Präsident des Amtes für Verfassungsschutz in Thüringen. Zuvor war er zehn Jahre lang Generalsekretär des Zentralrats der Juden und er ist Mitglied des Stiftungsrates der Amadeo Antonio Stiftung. Sehr geehrter Herr Kramer, viele Menschen, auch in Wiesbaden, sehen durch die wachsende Stärke der Rechtsextremisten, gerade auch in Thüringen, eine enorme Bedrohung für unsere Demokratie. Nicht zuletzt auch aufgrund der nahezu unverhohlenen Pläne zur Deportation missliebiger BürgerInnen. Vor diesem Hintergrund sind Sie heute als Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz Thüringen in Wiesbaden, in Hessen, bei einer zivilgesellschaftlichen Initiative eingeladen. Moment mal, möchte mit Ihnen über die Gefährdung der Demokratie durch den Rechtsextremismus sprechen. Warum sind Sie gekommen? Was ist Ihnen besonders wichtig, den ZuhörerInnen in Wiesbaden zu vermitteln? Also zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung, freue mich da zu sein. Ich bin gerne hergekommen, vor allen Dingen, weil es eben hier um eine zivilgesellschaftliche Initiative geht und ich bin der festen Überzeugung, dass wir den Kampf gegen Extremismus, insbesondere den Rechtsextremismus, nur dann erfolgreich führen können, wenn nicht nur Behörden, Sicherheitsbehörden oder andere unterwegs sind oder Politik, sondern eben auch die Zivilgesellschaft mit eingebunden wird. Das heißt nicht, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, dass wir auch unterschiedliche Aufgaben in diesem Kampf haben. Aber wir sollten ihn eben doch nach besten Kräften gemeinsam führen, weil hier geht es um die Feinde der Demokratie und die Feinde unserer offenen Gesellschaft, die wir, glaube ich, alle zu schätzen wissen auf die eine andere Art und Weise. Richtig ist auch, dass diese Entwicklung Rechtsextremer uns ja jetzt schon seit vielen Jahren begleiteten, zwar nicht nur in Deutschland, sondern vor allen Dingen auch in Europa um uns herum oder man muss schon mittlerweile sagen weltweit, wenn ich da in die Vereinigten Staaten oder auch an Israel mit der Regierung von Premier Netanyahu denke, in der immerhin einige Faschisten auch unterwegs sind. Also das ist ein Problem, was uns weltweit beschäftigt, aber jetzt bei uns in Deutschland ganz konkret, ganz lokal eben angekommen ist und ich glaube, wir merken schon, wohin die Reise geht und was das mit unserer Gesellschaft macht. Aber das wird ja sicherlich noch Gegenstand unseres Gesprächs sein. Genau. In Thüringen ist der Landesverband der AfD seit 2021 als, ich zitiere, erwiesen rechtsextremistische Bestrebungen eingestuft. Im aktuellen Landesverfassungsschutzbericht 22 heißt es, das Wirken der Partei würde sich in ziel- und zweckgerichteter Weise gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Können Sie uns kurz beschreiben, wie sich diese Einstufung begründet und was wir uns konkret unter dem ziel- und zweckgerichteten Agieren gegen die demokratische Grundordnung vorstellen sollen? Also zunächst einmal ist das eine Entscheidung, die jetzt nicht auch am Frühstückstisch aufgrund irgendwelcher Launen getroffen wurde, wie die AfD manchmal versucht zu insinuieren. Also sprich, der Minister, der mir natürlich weisungsbefugt gegenüber ist, habe mir quasi die Anweisung gegeben, einen unliebsamen politischen Konkurrenten hier zu brandmarken und damit möglicherweise aus dem Wettbewerb zu nehmen. Das ist alles Blödsinn. Es ist richtig, dass er mein Dienstvorgesetzter ist. Er unterschreibt auch meine Urlaubsanträge. Aber Tatsache ist, dass sowohl der Innenminister als auch der Ministerpräsident in Thüringen immer klug genug waren, sich in die fachliche Arbeit des Amts für Verfassungsschutzes nicht einzumischen. Und das bedeutet, dass wir fachlich entscheiden, aufgrund von ziemlich transparenten und vor allem auch im Verfassungsschutzgesetz festgeschriebenen Zusammenhängen unsere Arbeit zu machen und dann am Ende zu einer Bewertung zu gelangen. Die kann bedeuten, dass an einem Gerücht beziehungsweise an ersten Hinweisen, die wir bekommen haben, denn Gerüchte sind in der Regel kein Anlass für uns tätig zu werden, sondern es müssen schon Fakten sein, also Tatsachen, die uns bekannt werden. Es kann aber auch sein, dass sich diese Tatsachen als falsch herausstellen. Und dann ist es auch oftmals so, dass wir so eine Sache nicht weiter verfolgen. Aber in der Aufgabe der AfD oder im Bereich der AfD war es so, dass wir 2019 mit dem Prüffall begonnen haben, dann 2020 die Hochstufung zum Verdachtsfall vorgenommen haben und 2021 dann im März die Einstufung zum erwiesenen rechtsextremistischen Beobachtungsobjekt. Das klingt sehr technisch, aber das ist eine ganze Menge Arbeit, die dahinter steckt, weil wir natürlich nicht nur Belastendes, sondern auch Entlastendes zur Kenntnis nehmen müssen. Anders als eben viele glauben, ist das keine Sache, die wir nur im stillen Kämmerlein machen, die Aktenschränke füllen und dann sozusagen den Dingen ihren Lauf lassen, sondern wir müssen eben auch immer uns im Klaren darüber sein, dass diese Erkenntnisse, die wir zusammentragen, auch einer gerichtlichen Nachprüfung standhalten müssen. Mit anderen Worten, wenn dann bekannt wird, dass so eine Gruppierung oder auch eine Partei von uns beobachtet wird aufgrund unseres gesetzlichen Auftrages, dann hat sie selbstverständlich die Möglichkeit, dagegen auch gerichtlich vorzugehen und unser Vorgeben als Behörde eben auch überprüfen zu lassen. Das Interessante ist, dass es zwar eine Klage der AfD gegen die Bekanntmachung des Prüffalls seinerzeit gegeben hat, aber bis heute hat die AfD in Thüringen die Einstufung als erwiesen extremistische Bestrebung nicht gerichtlich hinterfragt. Es gibt ein paar Klagen jetzt gegen einige Formulierungen im Landesverfassungsbericht, Wortwahlen, die wir dort getroffen haben, die sind momentan vor dem Verwaltungsgericht noch einer entsprechenden gerichtlichen Überprüfung und dann auch Entscheidung vorbehalten. Aber Tatsache ist, die Partei hat nie gegen die eigentliche Einstufung umgeklagt. Muss man auch mal zur Kenntnis nehmen. Hinzu kommt, dass wir in einem Waffenentzugsverfahren eine obergerichtliche Entscheidung vor einigen Wochen hatten, wo das Oberverwaltungsgericht in Weimar sehr eindeutig und sehr klar festgestellt hat, dass die Einstufung durch das Amt für Verfassungsschutz in Thüringen betreffend des Landesverbandes der AfD berechtigt ist. Punkt. Das heißt, wir haben also in der Zwischenzeit auch eine obergerichtliche Entscheidung, in der festgestellt worden ist, dass das, was wir festgestellt und bewertet haben, berechtigt ist und nicht aus der Luft gegriffen oder irgendwie politisch instrumentalisiert. Jetzt zu dem Begriff zweckgerichtet, den Sie erwähnt haben. Das ist im Grunde genommen der Inhalt einer Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also hier reicht es nicht, einfach nur irgendwelche Ideen zu äußern. Wir haben Meinungsfreiheit in unserem Land und dazu gehört eben auch, Regierungen kritisieren zu dürfen, sogar bis hart an die Gürtellinie unter und runter, es sei denn, es wird strafrechtlich relevant. Aber wenn es eben dann in eine Richtung geht, die mit dem Ziel artikuliert und auch sich organisiert, eben die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen, den Zweck also hat eben genau diesen Kernbereich unserer Verfassung zu zerstören, zu verletzen, zu beseitigen, dann ist erst der Verfassungsschutz überhaupt gefragt, weil wir sind nämlich keine Meinungspolizei, sondern wir sind eben genau für den Schutz dieses Kernes unserer Verfassung zuständig. Und deswegen ist diese Ziel- und Zweckgerichttheit, wenn Sie so wollen, eine juristische Beschreibung eines besonderen Tatbestandes, ab dem dann erst auch der Verfassungsschutz seinen gesetzlichen Auftrag erfüllt und sich diese Dinge genau anschaut und dann, je nachdem zu welchem Ergebnis er kommt, auch mit einer Bewertung in die Öffentlichkeit geht. Also mit anderen Worten ist das eine wesentliche und wichtige juristische Beschreibung von tatsächlichen Sachverhalten, die für uns wichtig sind, um überhaupt erst die rote Linie hinzuziehen und zu sagen, jetzt sind wir gefragt und jetzt müssen wir tätig werden. Und Sie haben festgestellt, dass diese rote Linie überschritten worden ist? So ist es. Das haben wir 2021 dann als erwiesen extremistisch in unserem Verfassungsschutzbericht, ja auch in der Zwischenzeit argumentativ belegt. Ganz wichtig an dieser Stelle ist, dass auch schon der Verdachtsfall, also die davor laufende Bearbeitungsform im Grunde genommen schon tatsächliche Anhaltspunkte erkannt hat. Aber letztlich gesehen sind die dann von uns so verdichtet worden anhand dessen, was die Partei und ihre Vertreterinnen und Vertreter sagen und tun, sodass wir dann im März 2021 zu der Überzeugung gelangt sind, jetzt ist es eine erwiesene Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Lassen Sie mich da vielleicht nur ganz kurz sagen, das Bundesverfassungsgericht hat 2017 im NPD-2-Verfahren auch nochmal sehr deutlich gemacht, was heißt eigentlich freiheitlich-demokratische Grundordnung, weil das Interessante ist nämlich, dass diese freiheitlich-demokratische Grundordnung an acht verschiedenen Stellen in unserem wunderbaren Grundgesetz, das ja gerade Geburtstag gefeiert hat, erwähnt wird. Aber es wird nirgendwo definiert, was dann eigentlich diese freiheitlich-demokratische Grundordnung ist. Das hat man dem Verfassungsgericht, dem Bundesverfassungsgericht, überlassen. Zunächst in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, da ging es um zwei Parteienverbotsverfahren, wo das Bundesverfassungsgericht eben den Rahmen festgelegt hat, was ist eigentlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und der ist jetzt nochmal konkretisiert worden, 2017 im NPD-Verfahren und lässt sich im Grunde genommen auf drei Punkte reduzieren, die aber dann doch einen gewaltigen Inhalt haben. Das ist erstens die Würde des Menschen, das ist zweitens das Demokratieprinzip und das ist drittens das Rechtsstaatsprinzip. Und wir haben, kann man auch im Verfassungsschutzbericht Thüringen nachlesen, ganz konkrete Beispiele, natürlich stehen im Bericht nicht alle, sondern wir haben wesentlich mehr gesammelt, dargelegt, anhand deren wir festgestellt haben, dass die Partei eben sowohl die Würde des Menschen oder das Prinzip der Würde des Menschen, wir auch das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip nicht nur beseitigen wollen, sondern schon Hand angelegt haben in ihren Argumenten, in ihren, in ihren auch teilweise in der Partei, in den Programmen festgelegten, festgelegten Prinzipien der Partei. Wobei man muss schon sagen, die Partei war sehr vorsichtig, eben in ihrem Programm da eher zweideutig zu bleiben. Aber wenn man sich dann die Äußerungen führender Vertreter der AfD und ich rede im Moment nur über Thüringen, weil nur für Thüringen bin ich zuständig und nur für Thüringen haben wir diese Einschätzung auch vorgenommen, dann war eben sehr schnell deutlich, dass man genau an diesen drei Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung versucht rumzuschrauben, zu interpretieren, sie in Frage zu stellen und sie letztendlich politisch beseitigen zu wollen. Das haben wir dargelegt und wie ich ja eben schon sagte, immerhin hat ein Thüringer Oberverwaltungsgericht festgestellt, dass das, was wir dargelegt haben, berechtigt ist und dass das nachvollziehbar ist. Und ich glaube, eine deutlichere Qualitätssicherung kann man an der Stelle nicht haben. Wenn man sich jetzt diese Einschätzung, Ihre Einschätzung vor Augen hält, was ist zu befürchten, wenn diese Partei in Thüringen exekutive Macht auf Landesebene bekommt? Schauen Sie, ich will da überhaupt nicht drüber sprikulieren. Abgesehen davon, dass der Parteivorsitzende Björn Höcke nun sehr deutlich gesagt hat und auch aufgeschrieben hat in seinem Buch und in vielen Interviews und anderen Beiträgen, die er gegeben hat, was er sich denn konkret vorstellt, wenn er denn in politische Verantwortung kommt, entweder mit einer absoluten Mehrheit oder in einer Koalitionsregierung. Und dabei macht mir am wenigsten Sorgen, dass er mich als politischen Beamten als erstes in den Ruhestand schicken will. Habe mich da herzlich für bedankt, weil ich sage, dann kann ich jetzt wenigstens mal Planungen machen, was ich alles im Ruhestand machen kann. Spaß beiseite. Er hat ziemlich klar gesagt, was er alles sofort mit einem Federstrich ändern will. Dazu gehören Landesrundfunkstaatsverträge, dazu gehören verschiedene andere Dinge, wie zum Beispiel auch die Frage, wie werden in Zukunft die Richter bei uns, also Gerichte besetzt, welche Richter werden zur Auswahl genommen, beziehungsweise was passiert auch im Thüringer Landtag, also im Parlament, wie will er die bisher klassische Demokratieprinzipien innerhalb des Parlaments umgestalten. Und jetzt kann man natürlich sagen, klar, es gibt eine Menge Politiker, die ganz gerne den Mund ziemlich voll nehmen und das heißt ja noch nicht, dass das tatsächlich auch am Ende umsetzen kann. Aber ich kann an dieser Stelle nur sagen, wir haben in den letzten Jahren im Ausland, in Polen, in Ungarn oder auch jetzt in Italien ganz aktuell gesehen, wozu solche Regierungen mit solchen Plänen fähig sind, wenn sie dann erst mal im Verantwortungssitz oder im Fahrersitz der Regierung sitzen. Und deswegen kann ich an der Stelle nur zur außerordentlichen Vorsicht mahnen und vor allen Dingen kann ich nur dazu mahnen, das, was diese Herrschaften sagen und vor allen Dingen, was auch geschrieben wurde, ernst zu nehmen. Wir Deutschen haben ja tendenziell immer so ein Problem damit, ernst zu nehmen, was Diktatoren aufgeschrieben haben, es zu verniedlichen und herunterzuspielen. Die bisherliche Erfahrung mussten wir schon mit Herrn Hitler machen. Wir haben sie auch mit Herrn Putin gemacht, wobei ich jetzt Herrn Höcke nicht in die Reihenfolge von den beiden stellen möchte. Aber ich glaube, wir tun gut daran, das ernst zu nehmen, was die Herrschaften sagen und aufschreiben. Auch wenn es vielleicht am Ende dann nicht eintritt, aber das ist immer besser, dass es dann am Ende nicht eintritt, als es vorher nicht ernst zu nehmen und am Ende ist man dann damit konfrontiert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir haben genügend Beispiele, wie diese Neurechtebewegung es geschafft hat, Rechtsstaatsprinzip, Demokratieprinzip, Menschenwürdeprinzip, die freie Presse, die Medien, um nur einige Beispiele zu nennen, bis hin zur Meinungsfreiheit und zur Versammlungsfreiheit, die ja auch für Sie als Zielscheibe dienen, wenn sie dann ihre Konzepte umsetzen können, die gezeigt haben, wie schnell man diese Rechte einschränken kann, wenn man erst im Fahrersitz der Regierungsverantwortung sitzt. Und ich glaube, das spricht für sich. Jetzt haben Sie eben von Björn Höcke gesprochen. Der AfD-Politiker Björn Höcke ist Landesvorsitzender der rechtsextremen AfD in Thüringen und einer der bundesweit bekanntesten Rechtsextremisten. Spätestens nach dem AfD-Bundesparteitag in Riesa 2022 sehen viele politische Beobachter Höcke aber auch als einflussreichsten Politiker der Bundes-AfD und als wahren Chef. Können Sie einschätzen, wie groß der Einfluss von ihm und seinen Gefolgsleuten in der Bundespartei ist? Bestimmt er den Kurs der Partei? Also ob er der wahre Chef ist oder nicht, da wäre ich vorsichtig. Ich halte auch nicht viel davon, ihn größer zu machen, als er ist. Aber auch die realistische Einschätzung seines Gefährdungspotenzials oder Gefahrenpotenzials, glaube ich, reicht schon. Sehen Sie mir nach, wenn ich jetzt keine Bewertung der Bundespartei vornehmen will, aber um auf ihre Frage einzugehen. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren sehr deutlich gesehen, welchen Einfluss die Thüringer AfD mit Björn Höcke an der Spitze der Partei auch innerhalb der Bundespartei hat. Ich denke dadurch an bestimmte Papiere, die in Thüringen erarbeitet wurden, zum Beispiel zu den Sozialstaatsprinzipien, zur Familienpolitik und ähnlichen Dingen oder auch der Rentenpolitik, die dann mehr oder weniger ohne Widerstand Eingang gefunden haben in die Programmatik auch der Bundespartei. Aber das liegt lange zurück. Ich glaube, wenn man in die letzten Monate zurückschaut, dann fällt einem doch auf, dass entgegen aller anderen Beteuerungen, zum Beispiel Alice Weidel, doch einige Male auch mit Herrn Höcke öffentlich aufgetreten ist und interessanterweise dann auch ihre Wortwahl sich in keinster Weise von der unterschieden hat, wie sie Björn Höcke bei verschiedenen Reden verwendet hat. Also mit anderen Worten, man sieht sehr deutlich, dass offensichtlich das, wofür Björn Höcke steht, nicht wirklich bestritten wird, auch durch die Bundespartei, jenseits von irgendwelchen, ich sag's mal, protokollarischen und politically korrekten Stellungnahmen, die man manchmal zu hören bekommt, wenn es darum geht, dann doch eine Eigenständigkeit zu dokumentieren. Ich glaube, es wird an vielen Stellen deutlich, dass das, wofür Björn Höcke steht, eben keine Thüringer Mindermeinung auch in der AfD ist, sondern längst über die Landesgrenzen hinaus Einfluss auch auf andere Parteistrukturen, Bundesparteistrukturen genommen hat. Aber wie gesagt, sehen Sie mir nach und da möchte ich mich auch auf meinem Feld beschränken. Das ist dann Aufgabe nicht nur des Bundesamtes, sondern auch der anderen Länderbehörden hier noch weitere Bewertungen vorzunehmen. Im aktuellen Landesverfassungsschutzbericht 22 von Thüringen wieder, um dahin zurückzukommen, heißt es, der Landesverband Thüringen selbst stellt die AfD ins Zentrum eines Geflechtes rechtsextremistischer oder durch Rechtsextremisten mitgeprägter Organisationen. Mit welchen anderen rechtsextremen bzw. auch verschwörungsideologischen Vertretern und Bewegungen vernetzt man sich da? Und ist dieser Brückenschlag zwischen Partei und Vorfeld das, was Benedikt Kaiser, ein rechtsextremer Vordenker, als Strategie einer sogenannten Mosaikrechten propagiert? Sie haben es im Grunde schon auf den Punkt gebracht. Ich fange mal von hinten an. Jawohl, das große Ziel war die sogenannte Mosaikrechte, wobei ein Schellenwerböses denkt, wenn man sich so in der Geschichte ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass auch die extreme Linke in den 60ern und 70ern eigentlich diese Mosaikgedanken vorgedacht hat. Und es ist jetzt auch nicht wirklich überraschend, wenn man sich einige Protagonisten heute im Bereich der neuen Rechten anguckt, dann haben einige davon eine linksextremistische sozusagen Vorgeschichte. Das heißt also, man hat sich entwickelt hin zur neuen Rechten und ist dort heute ganz groß, auch als Vordenkerinnen und Vordenker unterwegs. Im Grunde kann man, glaube ich, schon berechtigterweise sagen, dass die Ideen, die mal linksextremistisch geboren wurden, im Grunde von den Rechtsextremen in weiten Teilen übernommen worden sind und leider, muss man sagen, auch perfektioniert worden sind, weil es ihnen in den letzten 10, 20 Jahren gelungen ist, eben zum Beispiel soziale Räume in unserer Gesellschaft zu erobern und zwar ganz klammheimlich, ohne zunächst einmal die rechtsextremistische Ideologie in den Vordergrund zu stellen. Ich denke da an Gewerkschaften, ich denke an Elternbeiräte, ich denke an Behörden, an Justiz, nicht nur die Richterschaft, sondern auch zum Beispiel die Idee, sich als Schöffen zu bewerben, um dann in Schöffengerichten mit einer entsprechenden Ideologie dann natürlich auch Gerichtsurteile entsprechend beeinflussen zu können. Oder aber im universitären Bereich, wo es die Initiativen der Gegenuni gibt, bis hin zu Burschenschaften, die an ihren Stellen sicherlich erkennbar, wenn man genauer hinschaut, aber eben doch in den letzten Jahren mehr oder weniger unbeobachtet ihre Kreise zu erweitern und auch Einfluss selbst im universitären Bereich zu nehmen. Also wir haben hier eine ganze Reihe von Beispielen, wo es eben gelungen ist, soziale Räume zu erobern und hier im Grunde genommen das voranzutreiben, was man als eine Art von rechtsextremistischer Revolution auch sich als Drehbuch im Grunde genommen vorgenommen hat. Ganz wichtig an dieser Stelle, Björn Höcke und die Partei sind jetzt nicht das Zentrum, was sozusagen wie die Spinne im Netz sitzt oder das Gravitationszentrum, um das sich alles dreht, sondern die Partei und auch Björn Höcke sind ein wichtiger Teil dieses gesamten Mosaiks. Und wenn man sich jetzt die Landschaft anschaut, dann hatten wir es in der Tat viele Jahre und das war im Grunde genommen noch eins der wenig hilfreichen Aspekte innerhalb der rechtsextremistischen Szene. Dort gab es nämlich viele verschiedene Gruppierungen, die sich eher in einem Wettbewerb miteinander befunden haben, um rechtsextremistisches Gedankengut und auch entsprechende Unterstützerszenen. Aber dieses Modell der neuen Rechten hat eben nur dazu geführt und auch das Modell der Mosaikrechten, dass man diesen Wettbewerbsgedanken ein Stück weit in den Hintergrund hat treten lassen und unter Anerkennung der Eigenständigkeit aber jetzt an dem gemeinsamen Ziel zusammenarbeitet, nämlich den demokratischen Rechtsstaat zu beseitigen und am Ende seine eigenen Vorstellungen dann zu realisieren, die ja Björn Höcke und andere auch immer wieder nicht nur in Parlamenten, sondern anderswo auch erklärt haben. Und wir erleben im Moment, dass zum Beispiel die Identitäre Bewegung, dass aber auch die Heimat-Nachfolgemodell der NPD, aber auch viele andere Gruppen, ich denke da an das Institut für Staatspolitik, ich denke an das Kompaktmagazin, also alles im Grunde bekannte Protagonisten aus der rechtsextremistischen Neurechten Szene, in der Zwischenzeit offen oder auch verdeckt sehr eng zusammenarbeiten, dass es also hier nicht nur Kennverhältnisse gibt, sondern ganz offensichtlich strukturelle Zusammenarbeit gibt, bis hin zur jungen Alternative der Jugendorganisation, die sich sehr stark eben auch an die Identitäre Bewegung, also an aktionsorientierte Jugend- und junge Gruppierungen vernetzt hat, weil man eben verstanden hat, dass man quasi für viele Bereiche des allgemeingesellschaftlichen Lebens eine Antwort anbieten muss. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass man zum Beispiel im Bereich der Religionsgemeinschaften, der Kirchen, aber auch der jüdischen Gemeinde unterwegs ist, dass man sozusagen auch seine eigene Abteilung mittlerweile wieder ins Leben gerufen hat, die sich um Umwelt- und Klimaschutz kümmert, wobei anders als wir das allgemein hin gewohnt sind. Auch das ist nicht neu, das hat die NPD vor 30, 40 Jahren auch schon mal versucht. Das hat nicht so wunderbar funktioniert, aber offensichtlich scheint die Neurechte da erfolgreicher zu sein. Das sind noch keine Massenbewegungen, aber zumindest bietet man eben den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppierungen bis hin zu gewerkschaftsorganisierten Personen hier etwas an, um eben, wie man selber formuliert, nicht rot-grün versifft Gänsefüßchen sein zu müssen, um sich für die Gesundheit oder aber das, die Umwelt engagieren zu müssen. Also man bietet hier im Grunde genommen viele verschiedene Dinge an, um Menschen in der Gesellschaft die Möglichkeit zu bieten, sich hier eben mit der Neurechten-Szene zu vernetzen. Und das ist nicht nur national der Fall, sondern sogar international. Wenn ich an die internationalen Neurechten-Bewegungen, Marie Le Pen ist eine, aber Viktor Orban zum Beispiel eine andere. Oder aber der Chef-Ideologe aus den Vereinigten Staaten, Bennen, der dann nach Europa gekommen ist und nicht nur in Frankreich Aufbauhilfe geleistet hat, sondern das auch in Deutschland getan hat. Oder aber umgekehrt auch nach Moskau, das Russian Imperial Movement, um nur ein Beispiel zu nennen, wo also ultra-rechtsextremistische, ich scheue mich hier das konservativ zu nennen, weil ich glaube, das hat nicht mehr mit konservativ zu tun, sondern das ist schon im rechtsextremistischen Milieu unterwegs. Chef-Ideologen, das hat ja teilweise auch in den Medien schon gestanden, die dann sehr intensiv mitgewirkt haben, um teilweise auch Positionspapiere der AfD zumindest zu unterstützen, um nicht zu sagen, sogar zu schreiben. Also hier gibt es eine weite Vernetzung, die über den nationalen Charakter hinausgeht und die natürlich auch damit besonders gefährlich wird, weil es sind eben nicht mehr versprengte kleine Einzelgruppen aus dem subkulturellen rechtsextremistischen Bereich zum Beispiel oder aus dem Kameradschaftsbereich, die jetzt für sich da irgendwie hinwursteln, sondern man sieht sich schon im größeren Kontext miteinander. Und wir haben es zumindest auch in Thüringen erlebt, aber auch über die Thüringer Grenzen hinaus, dass man auch überhaupt keinen Hehl daraus macht, dass man sich in der Öffentlichkeit gemeinsam abstimmt und abspricht und auch gemeinsam auftritt. Interessant ist an dieser Stelle eine Gruppierung, die ich bisher noch gar nicht erwähnt habe, aber die will ich dann doch auch noch mit hinzufügen, die sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter, die für sich genommen noch nicht unbedingt ideologisch alle rechtsextremistisch sind, was nicht heißt, dass sie nicht verfassungsfeindlich sind und deswegen auch bei uns auf dem Beobachtungszettel stehen. Aber es ist schon interessant festzustellen, dass diese Gruppierung, mit der man früher selbst in der rechtsextremistischen Szene nicht wirklich was zu tun haben wollte, weil die eher als so ein bisschen Gaga bezeichnet worden sind, man in der Zwischenzeit den Schulterschluss ganz offen und ganz deutlich auch übt. Wir erleben das zum Beispiel in Thüringen, dass Björn Höcke bei seinen allmontäglichen Auftreten und bei seinen Demonstrationen sich erstens nicht scheut, mit erwiesenen Reichsbürgern gemeinsam auf der Bühne zu stehen, aber vor allen Dingen auch die Verschwörungsnarrative, die aus der Szene immer wieder kommen. Da geht es dann um den tiefen Staat, da geht es dann insbesondere auch um das amerikanische Ostküstenestablishment, womit am Ende dann nichts anderes gemeint ist als natürlich die Juden. Man hört diese Sprechgesänge, sage ich mal, auf beiden Seiten und das dient natürlich ein Stück weit auch dazu, das Potenzial der Reichsbürger und Reichsbürgerinnen, das sind nicht nur Männer, auch Frauen, im Grunde genommen mit einzubinden in diese neue rechte Bewegung und daran kann man sehr deutlich sehen, wo hier die Gemeinsamkeiten und die Linien schon herlaufen. Das heißt am Ende nicht, dass sich alle gemeinsam lieb haben, aber das heißt, dass man erkannt hat, dass man zusammen mehr erreichen kann, als wenn man sich auch noch zerstreitet und untereinander Konkurrenzverhältnisse aufbaut. Und das macht die Szene im Moment auch so gefährlich. Jetzt sind wir gerade dabei zu versuchen, die AfD und ihr Umfeld politisch einzuordnen. Meine Frage ist dazu nicht schon längst eigentlich alles gesagt. Oder muss die Gefährdung der Demokratie durch die rechtsextremistische AfD immer wieder neu aufgezeigt werden? Wie sehen Sie das? Schauen Sie, das eine ist, was man an Tatsachen festgestellt hat und wie man das bewertet. Und das andere ist, wie kommt das in der Bevölkerung an? Mindestens solange die Partei nicht in einem ordentlichen Verbotsverfahren aus dem Rennen genommen wurde durch das Bundesverfassungsgericht, glaube ich schon, dass wir immer wieder auch der Bevölkerung, den Wählerinnen und Wählern in unserer Demokratie erklären müssen, was an dieser Partei dran ist, dass sie am Ende zum Feind der Demokratie macht. Wobei man auch an dieser Stelle noch vorsichtig sein muss. Wir haben im Moment nur drei Bundesländer, nämlich Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, in denen die Partei als erwiesen extremistisch von den jeweiligen Verfassungsschutzbehörden eingestuft worden ist. Im gesamten Bund, die meisten von Ihnen haben ja dieses Verfahren auch in Münster jetzt vor dem Oberverwaltungsgericht verfolgt, wo es um die Einstufung der AfD als Verdachtsfall durch das Bundesamt für Verfassungsschutz gegangen ist. Also wir müssen an der Stelle auch sehr vorsichtig sein, weil bisher ist die Einstufungslage, wenn Sie so wollen, noch eine relativ unübersichtliche, weil eben in vielen Ländern allenfalls die Verdachtsfallbearbeitung erreicht ist, während in den drei von mir genannten eben die erwiesene Extremismusgeschichte schon bestätigt und vorgelegt worden ist. Wobei in Sachsen und auch in Sachsen-Anhalt, so meine letzten Informationen, werden diese Einstufungen von der Partei beklagt. Also da müssen dann Gerichte jetzt am Ende auch noch entscheiden, ist die Arbeit des Verfassungsschutzes, ist die Bewertung des Verfassungsschutzes berechtigt oder nicht. Aber in der Zwischenzeit ist sie vorgenommen und entsprechend warnen wir natürlich auch öffentlich vor diesen Gefahren für unsere Demokratie, weil die Bürgerinnen und Bürger müssen natürlich, solange die Partei auch zu Wahlen zugelassen ist, weil sie eben nicht verboten ist, müssen schon wissen, wie sie mit ihrer Stimme verantwortungsvoll an der Wahl ohne umzugehen haben. Was sie am Ende aber nicht davor zurückschrecken lässt, wie wir ja jetzt auch wieder gesehen haben, ihre Stimme doch der AfD zu geben, weil man den Behörden nicht glaubt, weil man vielleicht Falschinformationen aufgesessen ist, die auch in den Medien und in der Öffentlichkeit oder auf sozialen Netzwerken ganz schnell auch verbreitet werden, teilweise auch durch die AfD selber. Ich glaube also insofern, ja, wir müssen immer wieder darauf aufmerksam machen, in der Öffentlichkeit, weil wir uns nicht darauf verlassen können, dass eigentlich ja alle Zeitungen lesen oder Nachrichten schauen oder euren Blog hier sehen, um zu erkennen, jawohl, huch, da ist aber eine Gefahr für unsere Demokratie vorhanden. So, und der zweite Bereich ist der, wir bleiben natürlich auch als Behörden immer aufgefordert zu prüfen, hat sich die Partei tatsächlich in diese Richtung entwickelt? Gibt es vielleicht sogar in der Partei in der Zwischenzeit Gruppierungen, die sagen, nein, das wollen wir nicht? Also gibt es den ernsthaften Versuch in der Partei, das Ruder herumzureißen und sie wieder zurückzuführen auf den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Diese Prüfungen müssen wir auch als Behörden stetig vornehmen, weil nichts wäre schlimmer, als wenn wir diese ernsthaften Bemühungen, wenn sie denn erkennbar wären, nicht mit zu unserer Bewertung hinzunehmen würden. Also insofern müssen wir immer weiter bewerten, weiter sammeln, letztlich gesehen aber natürlich auch, wenn die Frage dann irgendwann im Raum steht, dass die Voraussetzungen für ein Verbotsverfahren gegeben sind und dann vielleicht auch beantragt wird, dann sind natürlich diese gesammelten Erkenntnisse, auch die aktuellen Erkenntnisse besonders wichtig, um diesen Fall dann auch zu belegen und am Ende dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorzulegen. Aber wie gesagt, davon sind wir, glaube ich, im Moment weit entfernt. Ein Antrag ist nicht gestellt. Viele zweifeln auch daran, ob die Voraussetzungen dafür überhaupt gegeben wären. Ich werde mich an diesen Spekulationen nicht beteiligen, weil die Aufgabe des Verfassungsschutzes ist es nicht festzustellen, ob die Partei verfassungswidrig ist. Das ist die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichtes. Unsere Aufgabe ist es, auf die Gefahren für unsere Demokratie hinzuweisen, anhand des gesetzlichen Auftrages. Und dafür haben wir die tatsächlichen Anhaltspunkte zusammengetragen, auch entlastende Punkte. Aber am Ende ist, glaube ich, eindeutig, wohin die Reise geht. Sonst hätten wir die Einstufung zumindest in Thüringen im März 2021 nicht vorgenommen. Noch eine wichtige Frage. Welche Bedeutung hat die Abgrenzung demokratischer Parteien vom parlamentarischen Rechtsextremismus? Funktioniert die Brandmauer gegen Rechtsextremisten in Thüringen? Oder sehen Sie die Gefahr, dass die AfD zum Koalitionspartner werden könnte? Oder dass zum Beispiel eine Tolerierung einer Minderheitsregierung durch die Rechtsextremisten möglich wird? Schauen Sie, ich will mal, auch wenn das vielleicht einige als haarspalterig bezeichnen wollen, ich will mal mit den Begriffen schon mal anfangen, wo wir uns im Klaren darüber sein müssen, was wir eigentlich meinen. Mir ist schon klar, was man meint, wenn man sagt demokratische Parteien. Damit ist gemeint, Parteien, die auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und unseres Grundgesetzes stehen. Richtig ist aber auch, dass die AfD, ob es uns nun schmeckt oder nicht, in ordentlichen Wahlen demokratisch gewählt worden ist. Also insofern ist sie eine demokratisch gewählte Partei, auch wenn sie wie in Thüringen nach unserer Einschätzung offen verfassungsfeindlich ist. Deswegen tue ich mich an der Stelle immer so schwer, wenn dann die Rede davon ist, wir demokratischen Parteien gegen die AfD. Wenn man es sauber unterscheiden will, dann muss man sagen, wir die Parteien, die auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, gegen die Partei, die es eben nicht tut. Aber dessen ungeachtet haben wir uns damit auseinanderzusetzen, dass die Partei gerade jetzt, wir hatten eine erste Runde der Kommunalwahlen in Thüringen, wir haben jetzt in wenigen Wochen die Europawahl, wir haben die zweite Runde der Kommunalwahlen, der Stichwahlen. In all diesen Wahlen tritt die Partei völlig legitim an, weil sie eben nicht verboten ist. Obwohl sie auf der anderen Seite von uns als Verfassungsschutz begründet als eine verfassungsfeindliche, weil nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehende Partei eingestuft worden ist. Sie sitzt im Parlament und das jetzt seit vielen Jahren, nicht nur in Thüringen, sondern auch in anderen Landesparlamenten und im Deutschen Bundestag. Sie genießt dort alle Rechten und Pflichten einer ordentlich gewählten Partei, einer, wenn Sie so wollen, demokratisch gewählten Partei. Und ich fühle mich an der Stelle immer an die Sprüche des Reichspropagandaministers aus 1933 erinnert, wo er sagte, na, es ist schon ein Witz, also jetzt meine freie Übersetzung, es ist schon ein Witz der Demokratie, dass sie uns die Möglichkeiten gibt, quasi die Waffen der Demokratie zu benutzen, um die Demokratie abzuschaffen. Das ist sehr ernsthaft genau das Problem, womit wir uns jetzt schon seit Jahren rumzuschlagen haben, weil selbst wenn bei uns in Thüringen die Partei noch nicht in den parlamentarischen Kontrollgremien für den Verfassungsschutz sitzt, genießt sie trotzdem mit allen parlamentarischen Rechten, kleine Anfragen, große Anfragen, mündliche Anfragen, Kontrollmechanismen des Parlaments gegen die Regierung, alle möglichen Möglichkeiten, um auch den Sicherheitsbehörden, ich sage es mal vorsichtig, ihre Arbeit schwieriger zu machen, die sich ja genau gegen diese Feinde der Demokratie auch wenden sollen. Wir haben das also schon seit Jahren, also im Grunde genommen ist das kein neuer Zustand. Schwieriger würde es sicherlich nochmal werden, wenn die Partei entweder eine solche Mehrheit erlangt, dass sie selber die Regierung stellen kann, oder aber noch solche Zuwächse zu verzeichnen hat, dass sie eben über noch mehr Einfluss, parlamentarischen Einfluss verfügt. Vorstellbar wäre zum Beispiel bei uns in Thüringen, wenn die Zahlen noch weiter zunehmen, dass sie die Parlamentspräsidentin oder Präsidenten stellt, damit auch die Agenda innerhalb des Thüringer Landtages bestimmen könnte, beziehungsweise mit entsprechenden Mehrheiten schon heute dafür sorgen kann, dass bestimmte Richterposten durch Richterwahlausschüsse eben dann anders besetzt werden, oder aber Entscheidungen zu blockieren, weil die anderen vielleicht nicht willens oder fähig sind, eigene Mehrheiten zu organisieren. Schlimmstenfalls eine Minderheitsregierung abhängig wäre von entsprechenden Stimmen dieser Partei im Landtag. Ich sage mal, bestenfalls gäbe es das Geschmäckle, dass am Ende eine Minderheitsregierung auf Stimmen der Partei nicht nur angewiesen ist, sondern dass sie einfach mitstimmen, wenn es darum geht, bestimmte politische Entscheidungen zu treffen und sich eine, wie auch immer, geartete Regierung dann immer den Vorwurf gefallen lassen muss, naja, ihr macht eure politischen Entscheidungen oder könnt diese politischen Entscheidungen nur machen, weil eben die Feinde der Demokratie, die im Parlament sitzen, mitgestimmt haben. Sie merken schon, das ist nicht nur alles sehr schräg, sondern das hinterlässt natürlich einen bitteren Beigeschmack und führt auch nicht unbedingt dazu, dass dieses Gefahrenpotenzial in der Bevölkerung tatsächlich erkannt wird. Und da sind wir bei der sogenannten Brandmauer. Und ich weiß, damit mache ich mir jetzt keine Freunde, aber ich bleibe dann immer ganz gerne auch bei der Wahrheit. Diese Brandmauer gibt es schon seit vielen Monaten nicht mehr wirklich, insbesondere wenn man sich Kommunalparlamente und teilweise auch Landesparlamente anschaut. Und es ist auch kein Geheimnis, dass es nicht nur die CDU, sondern dass es die SPD, dass es Linke, dass es Grüne waren, die an verschiedenen Stellen, wo es vielleicht nicht so deutlich auch in die Öffentlichkeit getreten ist, schon diverse Male mit den Stimmen der AfD in entsprechenden parlamentarischen Gremien politische Entscheidungen umgesetzt haben. Sicherlich hat man das immer als Entschuldigung gehört, naja, es war ein sinnvoller Antrag und wenn die mitstimmen, dann können wir ja nichts dafür. Aber um bei der Wahrheit zu bleiben, also es ist nicht nur die CDU, die unter Umständen die ein oder andere Entscheidung dann auch schon mal mit den Stimmen der AfD durchgesetzt hat, sondern das hat schon viel früher an anderer Stelle und bei anderen Parteien angefangen, was es nicht besser macht. Aber wir müssen uns natürlich im Klaren darüber sein, mit solchen politischen Entscheidungen, so sinnvoll sie im Einzelnen auch sind, wenn dort eine verfassungsfeindliche Partei mitstimmt, dann führt das natürlich zu einem Gewöhnungseffekt auch in der Bevölkerung, die dann sagt, naja, was wollt ihr denn eigentlich? Das ist jetzt vielleicht im Einzelfall, weiß nicht, da geht es um eine Straßenlaterne oder einen Bürgersteig, sogar eine richtige, oder einen Kindergarten oder eine Schule, da geht es um eine richtige Entscheidung und es wird Zeit, dass die endlich gefallen ist. Und wenn die nun mitgestimmt haben, dann ist es doch gut so, letztlich war es zum Wohl des Landes, der Kommune, der Bevölkerung, aber man gewöhnt sich dann eben daran, dass eben die Feinde der Demokratie in der Demokratie im Parlament mitarbeiten und das schreckt dann natürlich oder das senkt dann auch die Hemmschwelle, sie in Zukunft vielleicht bei Wahlen dann durch ein entsprechendes Wahlergebnis auch wieder aus den Parlamenten hinaus zu befördern. Und ich glaube, wir müssen uns im Klaren darüber sein, selbst wenn sie im Moment bei richtigen und guten und wichtigen Entscheidungen vielleicht die zustimmende Hand heben, heißt das nicht, dass sie ihr eigentliches Ziel, nämlich die Demokratie zu beseitigen, auch das Parlament zu beseitigen und die anderen Oppositionsparteien zu beseitigen, dass sie dieses Ziel aufgegeben hätten, sondern durch diesen Gewöhnungsprozess wird irgendwann der Moment eintreten, wo dann viele sich sagen, naja, dann lass sie doch mal in politische Verantwortung kommen, dann sollen sie es eben beweisen und wenn sie es dann nicht hinkriegen, dann demaskieren sie sich eben selber, aber wenn sie es dann doch hinkriegen, naja, dann ist uns allen doch am Ende geholfen. Das hatten wir schon mal in den 30er Jahren beziehungsweise 20er Jahren. Ich erinnere da an einen konservativen Reichskanzler von Papen, der mit seinen Freunden die Idee hatte, Adolf Hitler doch sozusagen einzuhegen, um ihn dann zu benutzen, am Ende die eigenen politischen Ziele umzusetzen. Da gibt es diese schöne Formulierung, wir drängen ihn in die Ecke, bis er quietscht. Wer am Ende dann gequietscht hat, nachdem Adolf Hitler Reichskanzler war, glaube ich, ist uns heute allen bekannt. Ich will das jetzt nicht gleichsetzen mit der aktuellen Situation, weil so historischen Gleichsetzungen immer hinken, aber Vergleiche sind schon erlaubt und ich warne davor zu glauben, dass wenn man sie nur ordentlich einhegt, am Ende was Gutes daraus wird, denn diese verfassungsfeindliche Partei wird ihre eigentlichen Ziele nicht aufgeben, sondern sie wird im Zweifel etwas charmanter und etwas juvialer um die Ecke kommen, bis sie dann am Ende das Ziel erreicht hat, selber im Fahrersitz zu sitzen. Und dann ist es am Ende für unsere Demokratie zu spät. Ende vergangenen Jahres haben Sie erneut öffentlich gesagt, dass Sie im Fall einer Regierungsbeteiligung der AfD dieses Land sofort verlassen werden. Es sei eine rote Linie überschritten, wenn die AfD auf Bundes- oder Landesebene in die Regierung kommt. Sehen Sie das weiterhin so? Das sehe ich weiterhin so und ich habe das auch nicht leichtfertig gesagt. Das ging auch nicht darum, eine Schlagzeile zu generieren und dann, ha, 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 war vielleicht doch nicht so gemeint. Vielleicht hat er ja nur Thüringen gemeint, vielleicht hat er auch nur Regierungschef gemeint. Nein, ich habe das schon genauso gemeint, wie ich es formuliert habe. Warum? Aus dem ganz persönlichen Gefühl heraus und gar nicht mal so sehr, um jetzt irgendwie die Öffentlichkeit da jetzt in Angst und Schrecken zu verlegen. Viele würden sich wahrscheinlich sogar freuen, wenn ich dann endlich gehe, zumindest aus dem Lager, über das wir gerade reden. Und ich kriege jede Menge Post, die mir dann sagen, na wunderbar, dann sind wir dich endlich los. Nein, mir geht es einfach darum, ich beschäftige mich mit der AfD schon seit vielen, vielen Jahren, noch bevor ich Verfassungsschützer wurde. Und ich habe schon selbst 2014, als die Partei nun noch deutlich gemäßigter und auch noch auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unterwegs war, schon Bedenken angemeldet, wenn ich mir so manche Geschichten anschaue, die damals schon zum Forderungskatalog der Partei gehörten. Und ich habe in den vielen Jahren, das sind jetzt immerhin fast zehn Jahre, erlebt und zu hören bekommen, ja, alles nicht so schlimm. Das ist nur eine vorübergehende Erscheinung, wie so viele andere auch. Da denkt man an die Republikaner, man denkt an die NPD, die zwar existiert, jetzt Heimat heißt, aber am Ende nicht wirklich Einfluss hat, was ja auch das Bundesverfassungsgericht dann dazu veranlasst hat, sie als verfassungsfeindlich einzustufen, aber eben nicht zu verbieten, weil sie gar nicht relevant genug sei. Also mit anderen Worten, ich habe eine Menge Beschwichtigungsargumente gehört, warum das alles nicht so wirklich dramatisch sei und warum die gefestigte Demokratie Bundesrepublik Deutschland auch das überstehen wird. In der Zwischenzeit sitzt die Partei nicht nur in allen Parlamenten, mit einer Landesparlamentsausnahme, sondern sie hat auch immerhin, wenn man so manche Umfragen sich anschaut, und Wahlergebnisse, Ergebnisse von einem Viertel bis zu einem Drittel der Bevölkerung erzielt, so dass ich im Moment nicht sehe, dass diesem Wirken und dieser Richtung, die ja nun klar rechtsextremistisch, zumindest in den von mir genannten Ländern erkennbar ist, dass ich noch darauf vertraue, dass das am Ende gut geht, wenn sie jetzt auch noch den Fahrersitz in einer Regierung übernehmen, so dass ich sage, bis diese Entscheidung möglicherweise dann von Wählerinnen und Wählern so getroffen wird, werde ich alles nach meinen Kräften tun, um sowohl als Behördenchef im Amt für Verfassungsschutz mit einem klaren gesetzlichen Auftrag, aber auch als Bürger dieses Landes alles tun, um zu verhindern, dass sie in den Fahrersitz gelangen. Aber wenn es dann passiert, dann ist für mich ganz persönlich eine rote Linie überschritten, wo ich sage, ich kann es dann auch nicht mehr mit dem Sicherheitsgefühl und mit meiner Perspektive in einer freien und offenen Gesellschaft leben zu wollen vereinbaren, dass ich in irgendeiner Regierungsverantwortung eben die Feinde der Demokratie habe, sondern dann ziehe ich es vor, dieses Land zu verlassen. Und das fällt mir überhaupt nicht leicht. Ich bin hier groß geworden, ich bin aufgewachsen, ich bin hier zivilgesellschaftlich an vielen Bereichen, aber auch politisch engagiert. Es fällt mir schwer, irgendwo anders auch in meinem Alter noch mal was Neues aufzubauen, aber das ist mir dann immer noch lieber, als unter einer von Verfassungsfeinden gebildeten Regierung weder in Thüringen noch in der Bundesrepublik dann weiterleben zu müssen. Stichwort Bürger. Wenn wir Sie als Zitoyennen und nicht als Behördenleiter fragen, was würden Sie gerne den demokratischen PolitikerInnen und der demokratischen Zivilgesellschaft zum Umgang mit der AfD ins Pflichtenheft schreiben, um unsere Demokratie zu bewahren? Also, ich bin jetzt nicht der Lehrer, der irgendwelche Noten verteilt oder Pflichtenhefte ausfüllt, aber ich appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger, nicht nur in Thüringen, sondern all diejenigen, die mir zuhören wollen und die, die nicht zuhören wollen, müssen es dann über sich ergehen lassen. Wir feiern gerade oder haben gerade den Geburtstag des Grundgesetzes gefeiert, einer wirklich herausragenden und hervorragenden Verfassung unseres Landes, auch wenn andere Leute anderes behaupten, die im Übrigen ihre Ursprünge in der Weimarer Verfassung hat. Und es lohnt sich mal hinzuschauen, was wir schon in der Weimarer Verfassung und in der Weimarer Republik für einen Schatz in unseren Händen hatten, den die Menschen damals aus vielerlei Gründen nicht zu schätzen wussten, weswegen auch zum Untergang der ersten Demokratie es gekommen ist. Ich glaube, wir haben hier einen Schatz in unserer Hand, den es zu kennen gilt, den es zu verteidigen gilt. Insofern sind die Demonstrationen für die Demokratie ein sehr ermutigendes Zeichen, anders im Übrigen als zu Weimarer Zeiten, als die Menschen eben nicht für ihre Demokratie auf die Straße gegangen sind. Denn wir müssen uns im Klaren darüber sein, es waren auch damals nicht zu viele Nazis, die für den Untergang der Weimarer Republik gesorgt haben, sondern eben der fehlende Rückhalt, die fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung für die eigene Verfassung. Das ist heute anders. Und ja, wir haben teilweise 75 Jahre demokratische Traditionen. Manche behaupten, wir hätten eine Schönwetterdemokratie gehabt. Jetzt muss ich erst mal wirklich beweisen, mit all diesen Herausforderungen, die wir im Moment haben, ob das Ding hält oder nicht. Es wird am Ende halten, wenn die Menschen verstehen, dass dieses Grundgesetz eben wirklich ein ganz zentraler Anker und auch ein zentrales Fundament für unsere freie und offene Gesellschaft ist. Das heißt nicht, dass wir nicht über alles Mögliche streiten können. Es gehört zur Demokratie dazu. Ich würde mir sogar Sorgen machen, wenn wir in einer Demokratie leben, wo wir nicht miteinander ringen und streiten um die besseren Lösungen und auch nicht Meinungsunterschiede aushalten. Aber ich glaube, wir müssen wieder zurückfinden zu einer Streitkultur und zu einer Debattenkultur, wo Menschen mit anderer Meinung nicht gleich respektlos deformiert und im Grunde delegitimiert werden, sondern wo man andere Meinungen nicht nur aushält, sondern sich versucht, auch in diese Meinungen, ich weiß, das fällt einem bei manchen kruden Meinungen vielleicht extrem schwer, hineinzuversetzen, um die Menschen auch zu verstehen, warum sie vielleicht anderer Meinung sind und am Ende miteinander zu diskutieren und entweder auseinander zu gehen, ohne die jeweilig andere Meinung überzeugt zu haben, oder aber bestenfalls vielleicht sogar andere Menschen mitgenommen zu haben. Also wir brauchen eine andere Streit- und Diskussionskultur. Wir brauchen Respekt vor anderen Menschen gegenüber. Wir brauchen auch wieder mehr Empathie füreinander, wenn es uns auch vielleicht manchmal schwerfällt. Und dazu gehört, glaube ich, ganz groß geschrieben, dass wir noch viel mehr in den Bereich der politischen Bildung investieren müssen. Und zwar sowohl im Kindergarten als auch im Erwachsenenalter sind nicht nur die Kleinsten, die schon Demokratie üben und lernen müssen. Und damit meine ich mehr als nur irgendwann mal einen Stimmzettel abgeben. Und ich weiß, als Vater zweier Töchter, zusammen mit meiner Frau natürlich, also die hat den größten Teil der Erziehung übernommen, aber Kinder selbstbewusst demokratisch zu erziehen, heißt auch Widerspruch auszuhalten, heißt auch Fragen auszuhalten als Eltern. Das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, aber das ist die Grundlage für ein mündiges Bürgerinnen- und Bürgertum, was die Grundvoraussetzung dafür ist, dass eine freie und offene Gesellschaft und Demokratie funktionieren kann. Und dann gehört natürlich dazu, dass die demokratischen Institutionen auch funktionieren. Und das bedeutet, dass Politik, und das ist, glaube ich, eines der großen Defizite, was wir jetzt seit Jahren erleben, verstehen muss, dass Demokratie und vor allem auch Politik Überzeugungsarbeit ist. Also erstens ist es Kontaktsport, und da meine ich nicht Kickboxen, sondern mit meinen bilateralen Dialog. Und da reicht es auch nicht, auf den neuen sozialen Netzwerken, die am Ende gar nicht so sozial sind, nur Blümchenkleider, Pflaumenkuchen und Aktentaschen abzubilden, sondern man muss auch politische Inhalte transportieren. Man muss für seine politischen Visionen und Ideen werben und bekommt am Ende, wenn man Glück hat und gute Überzeugungsarbeit geleistet hat, auch die Stimmen der Menschen. Wenn man das nicht tut, dann bekommt man die Stimmen der Menschen eben nicht. Und das ist unter anderem auch ein Ergebnis, wenn man Politik gegen die Mehrheit in einem Land macht, dann kann man das zwar mal von Fall zu Fall tun, es wird nicht unbeachtet bleiben, aber wenn man das dauerhaft tut, dann verliert man die Mehrheiten und dann wird man am Ende nicht gewählt oder abgewählt. Das ist auch ein natürlicher Prozess in einer Demokratie. Aber ich werbe an dieser Stelle dafür, erstens Demokratie wirklich zu lehren und auch fassbar und anfassbar zu machen und dann die Prinzipien der Demokratie, auch nicht bei jeder Gelegenheit zu ändern, nur weil einem die Kritik, die man vielleicht für seine Politik bekommt, nicht gefällt, sondern diese Prinzipien hoch und heilig, damit meine ich die freiheitlich-demokratische Grundordnung, dafür Akzeptanz und Respekt auch zu sorgen, in der Bevölkerung sie lebendig zu machen. Und ich sage an der Stelle, ja, wir haben eine neue Umfrage gesehen, 80 Prozent der Deutschen West, wobei diese Unterscheidung mir nach über 30 Jahren Einheit auch nicht mehr so richtig gefällt, sind für das Grundgesetz 70 Prozent im Osten. Daraus meinen einige jetzt schon wieder ableiten zu müssen, dass wir Demokratieerziehungsprogramme im Osten brauchen. Das brauchen wir mitnichten. Ich glaube, die Ostdeutschen haben schon sehr gut verstanden, wie Demokratie funktioniert, auch wenn die Wahlergebnisse im Moment nicht unbedingt uns allen große Freude bereiten. Aber ich glaube, wir müssen den Menschen das Vertrauen auch zurückgeben, dass Demokratie wieder glaubwürdig wird und dass am Ende auch Politik für die Bedürfnisse der Menschen gemacht wird, was nicht heißt, dass man hinter jedem Empfinden und hinter jeder Meinung herrennen soll. Es gibt so einen schönen Spruch, der, glaube ich, zur Demokratie und zur Politik dazugehört, dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden, ist ganz, ganz wichtig, weil wir können es nur mit den Menschen machen. Und ich weiß, und es geht mir auch so, bei manchen fällt mir das sehr schwierig, da ein Zukunftskonzept draus zu finden, wenn ich mir so die Ansichten oder Pöbeleien und Hass und Hetze anschaue. Aber ich glaube, es gehört zur Wahrheit dazu, dass das ein Prozess war, der über die letzten 10, 20 Jahre sich in der Bundesrepublik Deutschland entwickelt hat. Und wenn man sich Mitte-Studie oder auch andere sozialwissenschaftliche Studien oder sogar den Bericht des Bürgerbeauftragten im Thüringer Landtag sehr aufmerksam anschaut und nicht nur zwei Tage vor der Veröffentlichung schon die Presseerklärung parat hat, wie man das kommentiert, sondern mal hineintaucht und sich anschaut, was die Menschen wirklich umtreibt, dann ist das nicht wirklich eine Überraschung, was wir momentan erleben. Und es ist auch keine Raketentechnologie, auf die Menschen wieder zuzugehen, zumindest den Teil, der nicht schon ideologisch im neurechten Bereich, ich sage es mal, versumpft ist. Da lohnt es sich auch nicht. Aber ich glaube, wir haben ein ganz großes Potenzial von heute, Menschen, die aus Wut, aus Ohnmacht, aus der Sorge heraus nicht gehört zu werden, für diese Parteien stimmen. Es lohnt sich, auf diese Menschen zuzugehen. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber es lohnt sich, um am Ende unsere Demokratie zu sichern und auch unsere Zukunft als freie und offene Gesellschaft. Lieber Herr Kramer, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch. Sehr gerne. Danke. Danke. Das war's für heute. Das war's für heute.